Guten Leute und herzlich willkommen zurück bei Battlefield 3, dem, ähm, eines der tollsten Shooter generell, aber teilweise auch übelst Fail natürlich auf dem... Warum nehme ich überhaupt die Waffe nicht? Die Waffe nicht. Na gut, also zusammen mit Black und, äh, Alex. Jo. Gut. Ähm, ja, letztes Mal hatten wir über BC2 gesprochen. Was ist denn so eure Vorstellung? Jetzt, oh Gott, Tank verziehe ich. Ähm, im, also im Vergleich, direkt im Vergleich jetzt BC2 zu, ähm, BF3. Oh. Ähm. Er hat schon wieder mehr Damage. Sag mal, ich schieße ihm fünfmal in den Kopf. Das überlebt niemand. Mit welcher Waffe denn? Oh, da kommt der Tank. Der F2000. Der F2000. Klaren. Klar, ich habe mich halt die Waffe irgendwie... Moritz, probier doch mal die AS-Wal. Nee, vergiss es, die haben 20 Schuss. Alleine Waffe, die 20 Schuss hat, die, äh, widersteht mir schon leicht. Egal wie gut sie jetzt ist. Ha, nee, wie sie ist auch dran. Wie kann man auf dem Ende eigentlich Snipern? Oh, da nimmt man eine Snipern schießt. Ja, aber es kommt, das Match, naja. Ja, kann die Mütze noch mal beigehen. Kann die Konfirmaufgaben ja zerrufen. Ja, viel. Ich geh jetzt auch mal da hoch. Boah, hier steht ja gar nix mehr, als hier oben ist, ja. Ja, ich hab den Service dafür gegeben. Ach, da, ich liebte es. Sniper. Fahne stehen. Ach, da wollte ich mich messen. Oh, hat's aber nicht geschafft. Ja, 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 laber. Ich weiß nicht, die Waffe ist ganz nett, aber Burst muss nicht so unbedingt sein. Ja, wir haben verloren. Da die Chance ja nur irgendwie 1 zu 4 steht, dass man gewinnt, also dann halt noch mal mehrere Faktoren, aber ja. Alter, 52, 19, das ist dann schon normal. Was denn? Deine Steps, meint er wahrscheinlich. Ja. 52, 19, uuuh. Ja, hier manche... Manche Situationen waren hier halt nicht so schön. Aber ich will jetzt nächste Runde nochmal auf das Thema da zu sprechen kommen, aber ich mach jetzt erstmal kurze Pause zwischen den Maps. So, weiter geht's. Wir haben mal den Server gewechselt in der Zwischenzeit. Und, ähm, ja, die Frage steht immer noch im Raum. Was würdet ihr denn sagen? Mit, ähm, bezüglich, ähm, BZ2 und BZ3? Ähm, schwer zu sagen. Beide Spiele sind gut. Es wurden Sachen verbessert, aber auch Sachen verschlechtert. Also was verschlechtert wurde, ist das Spawn-System. Ja, auf alle Fälle. Vor allem noch so klein, nett, da noch Tanks reinzufügt, der ist. Ah, ah. Hilf mir mal Diffusion bei A. Äh, gehen wir mal ins Bravo Squad. Warte, 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 es war schnell. Warte, 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 es war schnell. Warte, warte mal A. Ja, ich... Kommt gleich, kommt gleich ins Squad, aber erstmal hier. Kurz... Ah. Ah. Na, mit dem Tank brachte ich halt drauf. Ja, bra... Äh, was wart ihr? In das Squad. Ja. Irgendwie haben die Waffen im Moment alle keinen Wumms. So. So. Finde ich irgendwie grad. So, also was ist es jetzt nochmal? Bravo. Ja, Black kommt auch Bravo. Oh, ja. Gott. Los, 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 B. Das heißt, sag mal, seid ihr alle minderbemittelt hier, unsere Teammates, oder? Ah, ich glaube, da oben ist niemand mehr drin. Ah, einer ist schon an die Füßen. Da kommt ein Tank hoch. Der M-Track. Ich habe ihn einer reingehauen, ich komme aber nicht hoch. So, ich häng mich mal grad hier so ein bisschen in die Ecke. Ah, da kommt noch einer zu B, da kommt noch einer. Polybri kommt. Gut. Der hat mich instant, sag mal, was geht ab? Ich schieße viel länger auf ihn. Der, der, der macht scharf nicht, gut, danke. Ich habe ihn grad. G36C, sehe ich, nice. Mach ich jetzt auch mal, weil hier laufen viel zu viele Tanks rum. Mann. Warte mal kurz. Ich bin schon nie auf die WV-Straue. So. Gut, jetzt komme ich mal. Oh. Ah. Ja, bin dabei. So, ich bin wieder da. Ah. Schnell, schnell, schnell. Ach, dann wässere ich ihn. Oh nice. Ich entschärfe. Gut. Jetzt aber nicht ganz weit weg, sondern guck das, äh... G... Packen wir jetzt noch zu B? Nee, geh du rüber zu B, wir bleiben bei A, weil A ist im Moment total offen. Erstmal eine Nate hoch. Da oben ist einer. Nein, ich war im Diffusen, dann kommt der da rum. Den können wir nicht mehr holen. Und noch einer. Ach, so ein Tank, ey, wird gelegt. Tank, wo? Ja, da auf der Straße und zieht auf den Berg bei A. Ah, da. Getroffen? Nee, shit. Ach, auch, da kommt einer. Nice, bitch. Kann ich nicht retten. Da kommt noch einer runter, Moritz. So, warte, ich hab den Tank angehittet. Ah, nein, der M-Track. Ah ja, Tank ist Tank. Gut, Hilfe bei Fahrzeugzerstörung, das ist gut. Die Frage ist... Ähm, wo sind hier noch welche? Also, bei A halten wir uns relativ gut, aber die Gegner haben verdammt viele Tickets. 52, ich bräuchte Leben. Da kommt einer. Ja, ich stell mich mal auf den Berg. Und noch ein Tank. Wieder unsichtbare Wand, oder was? Nee, gut. Ja, wer klopft denn jetzt an? Nee, nicht toll. Ich treffe? Ja. Ich hoffe, ich treffe nochmal. Autsch. Okay, da laufen welche... ...irgendwie am Schlachtfeld vorbei. Okay. Wir nehmen hier so grad zuvor als ab. Jetzt muss ich grad nochmal joinen, weil mein Battlefield abgeschmied ist. Okay, das ist natürlich nicht so schön. Autsch, Sniper. Ich kriege ein Fahrzeug. Okay, den hole ich mir. Ich probier's zumindest. Ich muss mir aber beißen beihelfen. Ja, den G-Engineer, das ist hier am praktischsten. Ich hitte ihn an, ich hitte ihn an. Das ist doch schon mal ne Leistung, oder? Haltet die grad noch an. Ja. Aber der ist ein Tank. Oh, yo, 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 dann hol der mich noch. Hau mal alle auf den M-Track. Alle auf den M-Track. Alles drauf, was geht. Leck, was tust du denn? Du bist keine große Hilfe, wenn du da hochläust. So, wir mal sehen. Da oben findet man aber manchmal Leute zu messern. Ja, ja, aber vor allem, wenn man verteidigt ist. Ja, siehste, siehste, der wollte planten und ich hab ihn beruhnt. Ja. Ich weiß noch mal was. Und das attack. Ich gucke mir jetzt mal ein bisschen geschickt zu machen. Warum jointen ist jetzt schon hier nicht? Oh, yo. Komm ey, was macht der denn da? Der hat mich. An der Station. Der plantet jetzt. Hol den Black. Nice. Der sauer. Komm ey. Komm jetzt aber. Komm, 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 komm. Alles gut. Bei dem Pool ist einer. Echt? Lol. Hä? Nee, der ist nicht mehr. Der ist tot. Hm. Kommst du jetzt wieder drauf? Warum jointen? Der Nettys hatte wieder so'n komischen Bug. Tag. die den der Tuck Tuck Stinger der Bewegungsmeister ist gut in den Städten das bleibt was dann ist er das muss man Kannst du mir verraten wer Katamandel 2 ist? Ja. Keine Ahnung, da kommt ein Fahrzeug. Das ist doch bullshit, jetzt bin ich in der Warteschlange ganz oben. Oh shit. Kannst du mal. Hier noch einer? Ja. Ja. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Ah shit, ich bin down. Ist defused, oder? Ist dabei. Aber der brats natürlich jetzt andauernd nen Tank drauf. Aber ist nicht scharf. War wieder ne knappe Sache. Ja Alex, musst du halt jetzt kurz warten, es tut mir leid. Ja. Kein Problem. Oh Gott, was ist das denn für ein, ach ist es so schlimm. Tanks sind das dümmste, was den Leuten entwickeln hier hat einfallen können. Tanks sind so OP. Ja. Wenn sie jetzt mit zwei RPGs down wären, wäre es okay. Fände ich es auch noch fair. Aber die brauchen vier bis fünf RPGs und wenn da noch ein Engineer da rumhängt, dann hast ja sowieso keine Chance mehr. Das ist echt schlimm. Mach mal ein 10. Ach, wer hat denn da geplantet? Hab' ich nicht gesehen. Warte mal, ich hab' ihn im Visier. Ich hab' ihn. Geht jetzt. Jetzt hat mich ein Zweiber entdeckt. Scheiße. Ich brauch' den Sanitäter. Oder entschärft. Auwe. Vorsicht. Ich hab' den feindlichen Schau. Ah. Nö, ich treff' nichts. Nö, fuck you. Es ist so low. Sollen wir jetzt endlich mal diesen beschissenen Tank da wegholen. Das ist ja eine Unfassbarkeit. Ah, Kopftreffer. Blöder Sniper. Der Tank kommt. Was hat denn der da drauf? Hat der Infrarot drauf? Oder warum sieht der mich? Nein, da hat mich einer. Okay, die Sache gewinnen wir. Hier. Ich zieh den Part jetzt einfach in die Länge. Oh lol. Oh Gott, da komm ich nicht weit. Und den vermeintlich leichtesten trinken sie nicht weit. Gott, warum hatte ich gerade die Pistole in der Hand? Was ich auch so ein bisschen fail fandet, dass man in Bad Company die Pistole auf 1 hatte. Das fand ich komischerweise verdammt praktisch. Scheiße, da ist noch einer. Na, ist nah. Fand ich nicht. Ich war immer da irgendwie am Anfang da sich hochscrollen, weil, keine Ahnung, Pistole ist halt immer eine Notwaffe und da muss man halt schnell drankommen. Und mit 1 ist das halt am praktischsten. Da muss man halt nur kurz hoch spawnen. Äh, hoch, ach, Dings, hoch. Weil einer bei mir gespawnt ist, hab ich jetzt gesagt, hoch spawnen. Oh, ich dachte gerade, wir haben verloren, weil die Musik so anders war. Ja, irgendwie komisch. Aber, well done. Und wir suchen uns jetzt mal einen Server, wo wir zusammen ein bisschen spielen können. Und wir haben immer noch nicht die Frage ganz geklärt, wer was an welchem Spiel besser und gut und schlecht fand. Ich hab da ja letztes Mal ordentlich mein Statement angegeben. Ja, die Helix war besser. Ja, das machen wir dann im nächsten Part. Gehen wir mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Ich muss euch mal ein bisschen dazu bekommen, dass ihr das so wirklich macht. Also, man sieht sich. Bis zum nächsten Part. Ciao.